Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in diesem Video. Es ist ein bisschen anders, es ist ein bisschen ungewohnt. Ich werde dieses Mal sehr viel mit dem Handy filmen, aus dem ganz einfachen Grund. Ich baue jetzt hier nicht noch eine Kamera mit ein. Was ist jetzt mein Plan für heute? Mein Plan für heute ist, euch zu zeigen, worauf es bei einem Desk-Setup von einem Fotografen, von einem Bildbearbeiter, von einem Videobearbeiter ankommt und das in mein neues Setup zu integrieren. Ich habe nämlich so, naja, sagen wir mal ein paar Probleme. Erstens, das ist mein Schreibtisch. Den haben mit Sicherheit schon ein paar von euch gesehen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Das Problem an der Sache ist jetzt nur, ja, wirklich Platz ist darauf jetzt nicht. Ist alles eher so gestückelt, man sieht die Hälfte nicht. Das muss ich jetzt auf jeden Fall mal ändern. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, die Seite sieht nicht gut aus. Das muss alles weg. Ich will ein bisschen Ordnung mit reinbekommen. Den ersten Punkt habe ich schon mal gelöst. Und zwar bin ich hergegangen und habe hier, ja, den Ständer entfernt. Der ist jetzt hier. Auch noch nicht zu 100 Prozent, aber das machen wir heute. Erreibtisch. Der sieht raus, der hier. hallo zusammen matthias hier herzlich willkommen in diesem video jetzt geht es tatsächlich los jetzt gibt es tatsächlich die tipps die ich vorbereitet habe was ich mir alles dabei gedacht habe warum ein arbeitsbereich mein bild bearbeitungs setup mein video setup wie man es jetzt in dem moment nennen möchte so aussieht wie es aussieht hier sind mir drei dinge wichtig gewesen zuerst mal natürlich produktivität ich möchte produktiv sein ich möchte mich hier nicht so stark ablenken lassen das kommt jetzt habe ich gleich noch ein paar tipps dazu nummer zwei selbstverständlich ja gemütlichkeit also jetzt weniger dass es nicht dass man hiermit alles mit kissen auslegt oder sowas in der richtung sondern dass es einfach ist dass man sich erstens wohl fühlt und zweitens natürlich auch die möglichkeit hat hier anständig zu arbeiten es fliegt nicht alles rum kommen wir gleich zu und nummer drei video und bildbearbeitung video bearbeitung auch ja aber es soll natürlich auch ein video setup sein und nachdem das wahrscheinlich das interessanteste für euch ist fangen wir damit auch an bei der bildbearbeitung sind ein paar dinge sehr wichtig zuerst einmal man sollte keine eigenartigen farben in der umgebung haben weil es dafür sorgen kann dass das bild ein klein bisschen falsch dargestellt wird auf dem monitor jetzt mal vorkommen unabhängig davon was für ein monitor man nimmt und dass der kalibriert sein soll und alles mögliche sondern natürlich hat die umgebung auch einfluss auf diese ganze geschichte deswegen keine ablenkenden farben nicht zu stark farbiges in der nähe haben und nummer zwei kein licht das ablenken könnte hierfür habe ich mir jetzt gleich folgende gedanken gemacht zuerst einmal die lampen hier im hintergrund die sehen zwar cool aus wenn man filmt damit weil sie im hintergrund so ein bisschen tiefe geben ist so bisschen heimeliger wirken lassen aber in der bildbearbeitung nerven sie eher weil sie können tatsächlich dafür sorgen dass sie sich im bild spiegeln und schwieriger machen dinge zu erkennen natürlich auch sowas wie hier die video lampe das heißt wenn ich bilder bearbeite versuche ich das bei natürlichem licht zu machen nicht beim sonnenuntergang sondern eher tagsüber bei natürlichem licht jetzt ist licht an sich natürlich auch nicht gut wenn das irgendwie auf den monitor strahlt deswegen ja habe ich hier einen neuen vorhang eingebaut der war vorher noch nicht und der sorgt jetzt dafür dass es zwar nicht komplett stück dunkel ist weil das ist übertrieben in die andere richtung aber dass halt die sonne hier nicht so rein knallt macht sie zwar nur morgens aber trotzdem es hilft man sieht sie auch hier wenn ich jetzt hier filme der hintergrund ist deutlich dunkler im vergleich zu sonstigen videos das liegt an diesem vorhang das heißt darüber nachdenken aber wer das jetzt nicht kann aus gründen dann gibt es noch ein paar weitere möglichkeiten zu allererst einmal die lampen mache ich normalerweise aus wenn ich bilder bearbeite zweitens gibt es streulichtblenden auch für monitor man kennt es von der fotografie von objektiven dass eben das objektiv kein licht von der seite abbekommt was zu spiegelungen führt gleiches thema beim monitor der hier ist jetzt speziell für die bildbearbeitung entwickelten hat deswegen auch von vornherein solche ja plastik schutz dinger streulichtblenden eben mit mitgeliefert die man einfach einhängen kann ich mache die normalerweise rein wenn ich bilder bearbeite sonst stören sie mich eigentlich nur weil sie wieso tatsächlich wie so scheuklappen sind bisschen eigenartig und beim filmen kann ich sie eh nicht mehr reinnehmen aber das hilft das hilft auch dabei helligkeiten zu beurteilen ich kann das manchmal nicht ganz wenn ich jetzt gerade live streams mache oder hier tutorials zeige weil hier eine riesen video lampe steht aber ich kann nicht video lampe und alles mögliche um den monitor drum bauen dass es dann doch funktioniert das sind immer so zwei unterschiedliche dinge aber das hilft muss man jetzt nicht dazu kaufen muss jetzt auch nicht gleich 1500 euro in monitor investieren nur damit er diese funktion hat man kann sich eigentlich auch aus pappe bauen ist ja nichts anderes hauptsache es kommt kein licht von der seite reicht ja eigentlich da sonst habe ich es bei einigen youtuber schon gesehen dass die im hintergrund die wände schwarz angemalt haben hat ja auch mal sah mehr oder weniger cool aus heute finde ich es nicht mehr so schön aber sowas kann auch ablenken also farbige wände bin ich jetzt kein großer fan von was auch der grund ist warum hier eigentlich ja alles weiß ist ja reicht reicht ja eigentlich hauptsache man hat irgendwie nicht eine grüne wand hinter sich und muss dann alle bilder magenta ziehen damit der weiß abgleich passt also guckt schon dass ihr farbneutrale umgebung habt aber auch eine licht neutrale umgebung und nicht bei normalem zimmerlicht bearbeitet man kann sie übertreiben ja ich habe das jetzt set up mäßig so eingerichtet dass ich keine farblich verfälschten lampen hier mit drin habe wenn ich in dem moment bilder aber arbeite und das nicht zu viel licht reinkommt aber auch nicht zu wenig einfach bisschen drauf achten punkt nummer zwei ist gemütlichkeit und gemütlichkeit finde ich schon so einfache dinge eigentlich die ganze zeit hatte ich hier zwei monitore stehen muss den einnehmer abbauen wenn ich hier filmen wollte weil er hier im weg gestanden wäre und ja kann jetzt hergehen und kann den ganz einfach auf ihr so ein ständer stellen und kann den ständer hier jetzt frei bewegen hat es ja vorhin gesehen das ist nicht so einfach wenn man den einfach den monitor nimmt zu 100 prozent ist es doch nicht aber es macht es spart schon mal sehr sehr viel arbeit weil ich nicht den monitor ständig irgendwo hinstellen muss und ich kann einfach nehmen rüberziehen fertig so einfach ist es in dem moment auch so geschichten dass keine kabel rumliegen oder das kabel an den stellen sind wo man sie braucht ich habe hier ein card reader drin ich habe eine klinkenbuchse drin theoretisch auch usb anschlüsse die momentan alle belegt sind aber auch solche geschichten wie hier das mikrofon ich habe hier unterm schreibtisch eine halterung für das kabel da kommt es im übrigen her weil ich schon von manchen leuten die frage bekommen habe wie das denn angeschlossen ist hier ist ein kabel das halt relativ und dann nah unter dem tisch verschwindet aber ich habe ja auch so ein clips rein dass wenn ich fertig bin und das mikrofon eben nicht mehr brauche bleibt es hier hier nicht stehen soll clean und aufgeräumt sein kabel ab unten rein geklipst und ja das mikrofon einfach weggestellt und dann passt die sache das sind dinge die machen es viel einfacher und halten es viel sauberer um auch den nächsten punkt zu fördern aber zudem kommen wir gleich vorher noch der punkt so dass halt keine kabel rumfliegen oder das halt ja ich habe es schon gesagt dass kabel an der stelle sind wo man sie braucht ja für live streams da drüben extra ein langes kabel rüber gezogen dass ich hier eben nix querfliegen verkabeln muss wie ich das sonst immer gemacht habe sonst war das ja eher chaos jetzt ist halt alles an der gleichen stelle und ich muss einfach nur rausziehen einstecken loslegen wenn ich fertig bin kann jetzt einfach wieder verstecken und das thema ist durch das ist hier alles clean in solche kabelschläuche da reingewickelt und passt eigentlich ist an der stelle wo es hin soll und es sieht clean und aufgeräumt aus und das ist eigentlich was was dafür sorgt dass man produktiver ist produktivität finde ich tatsächlich was sehr sehr wichtiges vorher habe ich noch einen ganz wichtigen punkt zum thema gemütlichkeit gemütlichkeit ist ja ich immer nur dass man die füße hochlegen kann was zwar auch ganz cool ist aber es soll ja einfacher sein man soll sich ja wohl fühlen dort wo man ist und da habe ich jetzt den auslöser von der ganzen geschichte den wir vorhin auch zusammen aufgebaut haben nämlich diesen tisch der tisch wurde zur verfügung gestellt von flexi sport also das ist tatsächlich ein gesponsertes video das zweite dieses jahr bei dem ich mir gedacht habe das sollte für viele schon interessant sein unabhängig davon ob man jetzt bilder bearbeitet oder auch so viel am schreibtisch sitzt das ist tatsächlich eine richtig geile sache und ich gucke dass jeden tag minimum eine stunde den in dieser stehenden position habe kombiniert mit so einer monitor halterung kann man das auch noch so ein bisschen hoch und runter machen das eben angepasst ist das funktioniert also das ist nicht immer so 100 prozent aufeinander abgestimmt aber kann man ja selber in die hand nehmen und wenn ich mich jetzt hinstelle ist es hier einfach nur ein knopfdruck und das teil fährt nach oben am anfang habe ich mir hier also hier so fährt nach oben am anfang habe ich mir tatsächlich gedanken darüber gemacht von wegen was ist wenn du da jetzt den schweren monitor drauf machst und alles mögliche und ja war schon so ein kleines bisschen irritiert weil ich kann mich da drauf setzen und das teil fährt trotzdem hoch der hält 70 kilo aus ich habe vielleicht ein bisschen mehr als 70 kilo aber das ist gar kein thema das hält der der fährt auch hoch der hält doch zuverlässig hoch und ganz cooler trick wenn am hochfahren ist und irgendwas ist im weg das war mir auch sehr wichtig moment hört er auf ich hoffe das war jetzt nicht zu laut fürs mikrofon so für die eine spielerei ich finde es ist tatsächlich ein enormer mehrwert der dafür sorgt dass man jetzt nicht den ganzen tag nur so am schreibtisch sitzt und abends heimkommt rückenschmerzen hat und wenn man rückenschmerzen hat legt man sich aufs sofa ist ja auch irgendwie der falsche weg genau das zusammenbauen war tatsächlich auch relativ einfach wenn man sich an die bedienungseinleitung gehalten hätte die löcher sind alle vorgebohrt man braucht im endeffekt nichts außer an schraubenzieher und die mit den mitgelieferten im bus und kann das teil relativ easy selber zusammenschrauben auch so zusammenschrauben dass es stabil ist das einzige was mir jetzt aufgefallen ist wenn ich den auf stehhöhe ausfahre ist er auf einer höhe von einem meter zehn und da ist dann in kombination mit der monitor halterung schon so ein leichtes wackeln merklich es geht man kann sich daran gewöhnen es wäre jetzt nicht so als würde der hin und her schlackern wie noch was aber man merkt es halt man merkt den unterschied ob der weiter unten ist oder weiter oben wenn ja auch eigenartig wenn man das nicht merken würde ja aber an sich trotzdem stabil vielleicht wenn man zusammenbaut behaltet es ein bisschen im hinterkopf dass ihr ja zu zweit zeit weil man den ein paar mal rumheben muss und er hat halt auch schon gewicht was ja gut ist steht ja wenigstens stabil also schaut euch an ich habe ihn genauso wie alles andere was ich in dem video erwähne zeige und erzähle einfach mal in der beschreibung verlinkt und wir machen jetzt weiter mit dem thema produktivität das thema produktivität ist für viele ein schwieriges thema wie bleibe ich produktiv wie gehe ich dahin wie mal wie erledige ich das was ich tatsächlich am tag an aufgaben habe wenn man es nebenberuflich macht geht es wenn man das hobby macht ist vielleicht auch egal aber spätestens wenn man in die selbständigkeit gegangen ist wie ich jetzt dann muss das sitzen dann kann man nicht sagen ich mache mal vier tage lang gar nichts kann man schon aber man merkt es halt irgendwann und ich finde es extrem wichtig in kurzer zeit viel zu erledigen nicht weil ich jetzt sage so geil dann kann ich noch mehr geld verdienen und hasseln und hasseln nein weil man dann zeit für andere dinge hat wenn du am tag 20 stunden arbeitest bringt es niemanden weiter wenn du in der zeit dort was erledigt was andere in vier stunden machen deswegen gerade dieses thema produktivität fokussieren auf eine geschichte das war natürlich auch ein großer teil von diesem setup und hierfür habe ich mich erst einmal um den ersten gigantischen zeitfresser gekümmert der so normalerweise in den leben entsteht das ist handy das handy klingelt am tag ich für benachrichtigungen kriege ich jeden tag etwa 100 am tag das heißt 100 mal guckt man aufs handy oder ich sage mal so 50 bis 60 mal weil nicht jede nachricht ist tatsächlich so relevant dass man das macht man kann hier einiges löschen man kann ja eigentlich einiges deaktivieren ich bin der meinung man sollte auf jeden fall hergehen und sich spezielle zeiten setzen wo man eben sagt da ist das handy nicht aktiv das ist bei mir relativ einfach wenn ich mein handy auf das ladepad lege also da ich hab so ein drahtlos ladepad hier neben liegen sobald das da drauf liegt gehen erstens die lichter aus weil ich am schreibtisch sitze also nicht das video licht weil das ist noch mal was anderes das steht ja auch nicht immer aber erstens gehen die lichter aus weil klar ist ich arbeite jetzt da brauche ich keinen effekt im hintergrund und zweitens ja geht das handy auf stumm das geht in nicht stören modus da kommt auch keiner durch wichtige leute wenn jetzt irgendein notfall ist oder sowas kann man mich trotzdem noch irgendwie erreichen aber so grundsätzlich wenn keine benachrichtigungen angezeigt man kann mir 50 whatsapp und instagram nachrichten schicken vollkommen egal kommt nicht an kann ich dann speziell sagen ich nehme sie in die hand ich schaue speziell noch mal drauf weil ich gerade eine aufgabe erledigt habe gucke ich hier noch mal aber das teile ich tatsächlich speziell so kurze demonstration einmal draufgelegt und lichter sind aus ja das ist schon mal ein wichtiger punkt im übrigen gerade thema lichter sind aus und bild bearbeitung ich mache auch den rechner hier hinten dunkel wenn ich normalerweise bilder bearbeite der ist jetzt nur an weil ich vorhin versehentlichen fenster drauf gezogen habe und weil man im hintergrund ebenso eine leichtes light show sieht finde ich ganz cool gut das ist ein thema was ich sehr sehr wichtig finde einfach das kann man sich mit automatisierungen hier einfach programmieren dass das handy gerade wenn man es ans ladekabel steckt irgendwie stumm geht oder sowas das können viele handys weiß nicht wie es bei android ist beim iphone geht das relativ einfach so ist man nur die lichter wieder anmachen perfekt und wir können weitermachen das ist jetzt schon mal ein wichtiger punkt der zweite wichtige punkt und das ist auch der grund warum der rechner da hinten steht und nicht hier mit auf dem schreibtisch ist ebenfalls die ablenkung warum brauche ich zwei monitore drei monitore vier monitore die meisten programme sind eh drauf ausgelegt auf einem monitor zu arbeiten ja es gibt welche die auf zwei ausgelegt sind ja aber normalerweise sorgt ein zweiter monitor dafür dass irgendetwas nebenher läuft musik anderes thema hilft beim konzentrieren habe ich auch noch mal gleich einen punkt dazu aber ich merke es halt auch oft dass man irgendwie schnell noch nebenher was anderes guckt oder keine ahnung also ich merke es aber mir selber bei anderen leuten bei mir selber dass man irgendwas nebenher noch kurz was anderes guckt irgendwie das was normalerweise auf dem handy laufen würde halt jetzt auf den rechner verlagert und da halt dauerhaft die e-mails nebenher offen hat oder so oder irgendwelche chatfenster irgendwie youtube dauerhaft läuft und nee gibt es bei mir nicht ein monitor geradeaus fokussiert thema vorbei um eben nicht auf diese geschichte zu konzentrieren und zu sagen ich mache das jetzt fertig wenn es fertig ist das programm wieder zu machen dann kann ich immer noch youtube nebenher offen haben oder was auch immer oder man geht halt mal raus man fährt den tisch mal hoch und setzt und stellt sich mal hin oder man setzt sich oder sowas in der art da so ist so ein bisschen bewegung mit reinzubringen das hilft ganz gut sich dabei zu konzentrieren aber grundsätzlich habe ich keinen zweiten monitor ich habe zwei arbeitsplätze weil es manchmal ganz schön ist sich auch mal umzusetzen noch mal zu sagen ich sitze jetzt halt nicht hier sondern ich sitze da drüben also aus zwei gründen erstens mal ich wechsel da gerne mal und zweitens ja ich kann den imac nicht ohne monitor betreiben und wollte den monitor speziell dafür verwenden von daher es geht nur in dem setup außer ich stelle irgendwie unter den tisch und dann ist der bildschirm trotzdem an also diese situation finde ich ganz cool habe auch hier kabellose maus und tastaturen brauche mich eigentlich nur rüber zu setzen und kann ganz normal so weitermachen wie bisher halt nur auf dem anderen bildschirm der bildschirm ist im übrigen gerade thema gemütlichkeit habe ich vorhin glaube ich erwähnt mit klinkenbuchse ausgestattet mit usb kabeln ausgestattet damit eben alles was hier mache ich jetzt nicht immer darüber rennen muss oder sowas kann auch hier eine sd karte reinstecken und das funktioniert alles also das ist hier voll einsatzfähiger arbeitsplatz wenn jetzt irgendwo ein rechner unter dem tisch stehen würde würde es aufs gleiche hinaus laufen nächster punkt zum thema produktivität kopfhörer ich bin gerne ich habe das im facebook film gesehen das thema tunnel wo die wirklich hergehen und sich so musik auf die kopfhörer setzen und dann gibt es nichts anderes für ich weiß nicht ein zwei stunden je nachdem wie man sich in dem moment einteilt ich hatte die ganze zeit die sie hier von teufel die sind zwar ganz cool aber sie schirmen weder töne die in dem kopfhörer entstehen nach außen hin ab noch umgekehrt das heißt wenn hier halt keine ahnung ich wohne in der stadt wenn drüben die der presslufthammer läuft oder irgendwie ramba zamba in der nachbarschaft ist aus welchen gründen auch immer weil irgendjemand eine fußballmeisterschaft gewonnen hat oder so das hatten wir die letzten tage ja stört das natürlich lenkt das ebenfalls ab deswegen wurden die auch abgegradet und ja weil ich keine kabel mag ich habe zwar die möglichkeit ist über kabel anzustecken aber weil ich keine kabel mag gab es hier neu die ebenfalls von teufel auch mit active noise cancelling einfach um so ein bisschen die umgebung raus zu blenden man brauche nicht hundert prozent ja und wenn man die den ganzen tag auf hat dann wird man auch so ein klein bisschen blöd im kopf weil ja man hört wirklich gar nichts von der umgebung finde ich auch nicht so super aber es hilft zumindest einmal dabei bestimmte dinge auszublenden und sich auf ein thema 100 prozent zu konzentrieren weil auch wenn man oft sagt man ist multitasking fähig niemand ist wirklich 100 prozent multitasking fähig man kann gewisse dinge gleichzeitig machen klar wir können ja auch ich weiß nicht atmen und laufen gleichzeitig das funktioniert ja schon irgendwie aber sobald dann komplexere dinge mit rein kommen wo man sich konzentrieren muss merkt man schon dass multitasking nicht möglich ist und dass irgendetwas immer zurückstecken muss wenn ich jetzt gleichzeitig eine serie schaue und bilder bearbeite weiß ich genau entweder die bilder werden scheiße oder die oder ich krieg nichts von der serie mit und wenn ich musik höre oder eine podcast folge höre während ich ein video schneide gut das funktioniert nicht weil ich muss ja den ton von dem video hören aber ihr wisst so ein bisschen worauf ich hinaus möchte entweder weiß ich alles von der podcast folge und das video ist halt nichts oder umgekehrt irgendwas fällt immer weg deswegen hier ein bisschen vorsichtig sein musik im hintergrund hören das ist in ordnung gerade weil man manche songs ja schon öfters gehört hat und dann ist das eigentlich irrelevant ich höre auch kein radio ich habe meist so eine so ein paar playlisten in spotify die funktionieren da ganz gut im übrigen pro weil wenn da werbung kommt ist ja auch schon wieder ablenkung zu guter letzt thema gemütlichkeit und produktivität das ist so ein thema was eigentlich so ineinander spielt ihr kennt ja die wand da hinten wo ich mir einfach dinge rausnehmen kann wenn ich sie dann brauche also wenn ich jetzt sage ich brauche irgendwie filter oder sowas finde ich die ja sofort das ein handgriff und dann sind die sofort da das ist gar kein thema aber ich wollte das erweitern ich habe das hier auf der auf der rechten seite wo das ganze kamera equipment drin ist objektive kameras und sowas in der richtung die sind alle hier rechts verstaut aber ich habe hier links so ein bisschen cable management da ist das netzwerk drin das ist da rein verschwunden habe dann dafür platz gebraucht und deswegen ist der schrank hier der voller schubladen ist wo alles mögliche drin ist von gutscheinen über visitenkarten über tonequipment über die drohne über ich weiß nicht was alles genau das ist da alles schön sauber rein sortiert mit label markiert und allem möglichen es macht es einfacher wenn man sich dieses dieses ordnen mal so ein bisschen angewöhnt hat findet man auch alles klingt jetzt so ein bisschen nach ich erziehe jemanden zwölfjährigen oder sowas in der art aber ich merke es leider von vielen immer wieder dass man eben kommen wir schmeißen es einfach irgendwo hin es wird schon wieder auftauchen ist okay ja sehe ich vollkommen ein kann man auch so machen habe ich auch eine ganze zeit lang gemacht aber seit ich zu diesem thema übergegangen bin bin ich erstens mal vielleicht ein bisschen akribisch was das ganze angeht übertreibe vielleicht ein bisschen auf der anderen seite ja finde ich aber auch alles wenn ich mich für ein shooting vorbereiten muss dann sind das zwei drei handgriffe und fertig einfach in die tasche rein das hat auch in der tasche sein fixen platz und thema durch im übrigen das war es jetzt schon wieder das hat es schon ausgereicht hier neue benachrichtigung die kam schon so im augenwinkel es hat aufgeblitzt man schaut doch hin ich habe es gerade wieder gemerkt das heißt du kommst jetzt auf dein pad wenn ich das video hier fertig machen kann also man kann mit einfachen dingen das hat jetzt auch nicht mega viel gekostet kann man hier tatsächlich sehr sehr viel erreichen wie gesagt ich habe euch alles in der video beschreibung unten verlinkt was ich hier genau benutze ihr könnt es jetzt selber mal gucken was hier in dem moment für euch passt ich habe bei mir auch nicht das teuerste vom teuersten genommen weil ich es auch immer eigenartig finde wenn man sich irgendwelche videos anschaut und dann sagen sagt komm ich habe mir den schreibtisch geholt und dann kostet der halt einfach mal 4000 euro und ich denke mir so okay gut stelle ich mir halt auch mal zehn man muss nicht übertreiben soll funktional sein soll funktionieren so gut aussehen und dann der rest ist eigentlich ja nicht geldverschwendung aber irgendwie schon nicht falsch verstehen okay das war soweit mit diesem video schaut gerne euch die links in der beschreibung an und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten video wieder